daily opening let's go wünscht mir glück bitte also sich das gleiche stupid wing und wings of an angel natürlich ist es nicht das gleiche okay noch mal eins schon mal nur müll zuckerwatte ist auch müll bei der wei weiß nicht selten ist doppel feuerwerk müll wieso die abgelaufenen gläser sein ist doch vollkommen egal ob man die andere nicht spielt keine rolle sie tun dir nichts und sie geben dir nichts ist einfach egal na gut immer einen doppel cast zuckerwatte aber wie gesagt zuckerwatte zählt nicht die kann man nicht mal im cash abkaufen also die kann man ja gar nicht e2win kriegen auger weisen dann läuft nicht gut aber es ist meistens bis jetzt so gewesen ein bis drei gute items besitzt täglich wenn man mit zählt zum beispiel activation und refresher holt sie eigentlich gesagt dass wir nicht mit 10 wenn die activation auf den bonn wie bonn bekommst oder refresher auf einem night das ist ja kein gutes item okay das sieht nicht gut also noch drei charakter ist gute das einzige gute daran ist dass es jetzt noch mal drei main charakter sind in anführungszeichen mit dem ich zumindest am meisten gespielt habe was wir jetzt noch was gutes bekommen wenigstens auf einem guten charakter tja da müssen wir wechseln zwei chancen noch tja da ist einfach ein charakter dann fünf gute sachen aber es glaubt das war schon mal nichts aber zumindest hat ein doppel abkatsch letzte chance also der charakter muss etwas gutes bekommen sonst wurden wir wieder einmal gescannt also ich finde bei 70 items wie gesagt es quasi acht tage wenn man nur einen main character spielen würde wenn es jetzt quasi acht tage einloggen gewesen und bis jetzt quasi nichts von wert zwar nicht mal die besten zuckerwarten dabei tatsächlich auch wenn wir gesagt haben zuckerwarten zähne nicht aber nicht mal die waren dabei also gut cast time i guess aber gerade ist glaube ich mit einer der besten die war nicht dabei nope kein einziges premium item bekommen aus dem cash up 72 versuche kein premium item ich wusste es immer gesagt dass es trash ist aber auch nur weil man sich über die trostpreise halt nicht freuen kann weil man sie nicht beim npc verkaufen kann wenn man sie nicht braucht weil zum beispiel blade wie schon gesagt braucht kein refresher holt oder auch keine mp refresher genau das gleiche andersrum das ist einfach mega nervig